Ich will mich sehen gegen die Autos fahren. Das ist weiße Auto, das bin ich übrigens noch. Für den Weißen hier? Nein, du versteigst nicht ins Fahrzeug ein und du fährst jetzt einfach mal weiter, Kollege. Nein, das ist ein Kollege von mir. Warte mal, wir stellen uns gleich mal irgendwo auf. Warte mal, wo war denn das mit dem Selbstmord gewesen? Das war doch hier, genau da hinten ist doch hier, hinter dir ist doch das Baugerüst. Komm ja gar nicht hier hoch, die wissen ja gar nicht, dass wir denn hier oben sind. Nein, 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 nein. Runtergefallen? Fast noch. Bei der, wie jetzt ist es tödlich. Tod? Ja. Stimmt. Was? Nein, mach mal was ausprobieren. Aber ab hier. Aber ab hier. Ja. Ja, mehrere, wenn dann wird man schon mehrere abklappern, so. Notus abgesetzt sind. Jetzt kommt ein Kommando. Pass auf, wenn wir jetzt runterfahren, dann kommen sie die Schweine. Stimmt. Hey, ist mal eins, runter. Ja, ich hab's gemerkt, dein Spritz ist fast alle. Nein, 87,7%. Wir müssen mal gucken, dass man schnell das andere Gebäude rüberkommt. Oh, jetzt. Oh, nein, nein. Da ist jetzt deine Karre echt geschrottet. Ey, du hast einfach Schleiß an Motorrädern. Hier sind sie doch, die Assis. Für Deutschland. Richtig? Nein. Nicht so einer. Dietrich, wo kann ich sie wählen? Ja. Die Frau ist doch nicht mehr vorsitzend, der WTF. So. Warte mal. So. Ey. Wollen wir mal gucken. Micky. Ich hab mal ein Speed hier rein. Wir halten ihn erstmal da drin ab. Gut. Der erste ist tot. Aua, bloß ist Feuer. So, hier ist der Nächste. Was macht der hier mit dem Bordemantel? So, der Nächste. Und ab geht's. Was soll denn das jetzt? Das war den Schwarzen hinterherfahren. Alter. Verballer mich. Verballer mich, Alter. Der hat die Verwaltung aufgenommen. Höhöhöhö! Komm her. Schieß drauf. Hier. Spinnern wir dir. Komm hin zurück. Wo ist mein Motorrad? Wo ist mein Motorrad? Steigt der hier drauf. Dein Motorrad wird immer ansteigen. Der ist hier auf dem Fußweg. Zurück. Hier auf dem Fußweg liegt eins. Gut. Wo ist er denn? Er kommt nicht hier. Ach da, ok. Guck, komm, hab ich getroffen. Bist du abgesprungen früher oder was? Abgesprungen, abgeschissen. Ja. Noch ein bisschen Action reinbringen, ja. Aber die erzählen will ich mich auch schon wieder ran? Nee, ich will nicht. Das gibt's nicht mehr. Könnt nicht sein, ne? Alter, die haben mich verbotert, die Schweine. Ja. Die kommen auch von oben, die Schüsse. Ich bin tot. Ja, ja, ist ein Polizist irgendwo. Wo ist denn der? Soll ich ihn erschießen? Ach, ne, sind mehrere. Okay, nehme ich die nächste Maschine an. Hab ich keine Chance. Was, sind die auf dem Dach oder was? Nein, die beschießen mich auch. Jetzt bin ich auch tot. Perfekt, down, down. Hey, hey, hey. Was soll ich? So, jetzt ist es für euch am Aus hier, ne? Bestätigt, das ist jedenfalls ein LF-44. Jetzt krieg ich mal ein bisschen gewohlig rein. Scheiß auf RTW, die werden ja gebannt. Ja, die sollen gebannt werden. Habt ihr gehört? Gebannt, gebannt. Jetzt tebeke ich dich, ohne Witz. Dann hab ich doch wieder einen anderen Namen. Ach da, ja. Kannst du nicht Auto klauen und die umfahren? Ich versuch den, den NEF zu klauen. Nee, das sind zu viele. Die kaufe... Ich kaufe so schnell, äh... Down. Fahr die mal um oder sowas. Ich versuch den NEF zu klauen. Ich versuch den NEF zu klauen. Äh, den ELW, so. Da kannst du ja durch Rante ankommen. Das sind ja getönte Scheiben. Man schreit, jawohl. Die haben es nicht mitgekriegt. Und nach Unterführung steht da ELW. Da sitch drin. Willst du, wie ich mein? Naja. Aber das ist halt langsam zum Flüchten, das Problem. Warte, warte, warte. Jetzt laufen die Höhen. Ja, scheiße. Jetzt stürzt sie schon wieder. Jetzt warten die wieder auf dich mit. Die haben schon die Klaue gezogen. Was ist denn echt nehmen oder? Ja, ich ne. So E3 mal. Okay. Und das steht direkt neben sie. Ey, die habe ich schon wieder. Ey, Rainer Fahrt sie doch mal um. Alle weiter. Ich kann grad, nee. Ich hab's den Tobi in den Land. Ja, wenn die... 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 Ja, wenn die schnell in dem Auto... Wir versuchen den... Die warten die ganze Zeit auf den... Tobi müsste aber mal in den Rochen gehen oder so. Wie haben wir in den Rochen? Nee, wegen dem Bullen. So, jetzt, du hast keine Chance. Die haben... Die haben wir als Tochter Auto genutzt. Die haben die uns zum Brei geschossen zu dritt. Oh, die nehmen Tobi nicht. Ja. Ja. Weiß wer da drin ist? Weiß wer da drin ist? Moritz. Echt jetzt? Ja. Geht offline. Kannst du das nicht? Dann gehst du erstmal in den Rochen und dann mal gucken, was weitergeht. Die haben nie gerafft, dass ich hier in dem Einsatz war und sitzen und das geile ist, der ist getönt. Äh. Weißt du, wie ich mit? Der hat den Admin jetzt nicht. Ne, der Moritz, der den schon... Der ist schon gebannt hatte. Wo fahren die jetzt mit dem hin? Was machst du denn, du Tobi jetzt? Ja. Ja, du bist daneben. Bist du vor Haus, oder? Der weiß, dass ich das bin. Bin gerade jetzt am... Bin jetzt am Krankenhaus. Da muss ich dich grad. Ja, du bist du. Ach du... Dumm. A, zumal. Was wollen das jetzt? Du Polizist, der hat sich überwauen. Der hat mich schon wieder gesehen. Ja, der kommt aus nichts, ey. Na? Alle FD Kleider, aber wo ich gar nicht mehr... Jetzt steht wieder zu zweit, ja. Es kommt hat Dritte wieder an. das hat zu lange gedauert jetzt geht es mal richtig rp mäßig das ist nur die Graft-Unterschiede in dem Einzelnen jetzt wiederbeleben sie dich dumm um besser können die auch nicht komm mal her hier hier einsteigen was macht er denn und du bist der Nächste mein Gott passt doch auf Entschuldigung Opfer Richtig so Richtig so drauf da drauf da kommt zurück mit Kollege L4 bist du denn Scheiß jetzt gehen wir noch mal die Tür aus komm 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 ich bin mit der Handschellen ich bin mit der Handschellen ja hör auf Alter was hast du ey bist du blöd scheiß ich hab ein Blatt nicht mit jetzt ja was machst du denn was machst du denn du da liegst du da und machst du Haia machst du Haia hab ich ja genauso wie du genau genau immer drauf da wie bei dir wie bei dir wie deine Mutter mit dir umgegangen ist sie hat sich mal von der Wickelkommode geschmissen Handy ich hab jetzt weißen Bulli an weißes T-Shirt grüne Hose ach ne die Schuhe schon sind welchen Land bei den schwarzen dein Motor aus schwarzen verbrennt Aua du hast mich jetzt getasert ich halte und jetzt mal bitte deine Schnauze jetzt reizen aber noch mach ich gleich mach ich gleich mach ich gleich ja Reiner kommst du mal ja weh ab warte ich komm zum Kleidershop ich fahr schon hä ich fahr schon was willst du denn machen wie quatscht hast du denn mit mir das ist das ist für mich ist es ein Spiel keine Realität du Kunde für mich ist es immer noch ein Spiel und ihr seid für mich einfach nur Kiddies ja ja warum fährst du überhaupt hier hinterher kannst doch zu Fuß laufen du Bauer ja ich bin doch leicht du leh 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 Leider wo bist du am Krankenhaus in der Kreuzung such dich ja guck mal die Straße hoch Richtung Pedi nicht beim Pedi die Straße sondern ein Stückchen weiter noch das war ja wieder warte ich komm wieder zum Krankenhaus zurück hast du dich wieder auf die Straße nehmen ach du das das ist kein RP ne mich einfach umzufahren du hässlern warte ich lock mich erstmal ein wieder und dann komm ich wieder und dann ist gut doch mach ich aber du hast mir gar nichts zu sagen warum ich lass mich doch nichts von Kindern sagen hallo für mich ist es für mich ist es ein ganz normales Spiel ja und dann mach ich IP Changer dann mach ich dann wechsle ich mein IP jetzt lalalala lalalalala lalalala lalalala lalalalalala lalalalalala also da kann ich mal ein IP wenn ich meine IP wieder rein und dann dann find ich mir gar nichts gar nichts Marcel das ist echt traurig von dir das du 28 bist und so lalalalala machst du willst du wissen dass ich Marcel heiser ich weiß eh nicht ich weiß eh dass du nicht Marcel heisst aber ich nenn dich trotzdem so du kannst mich auch Tobi nennen du heiß ich richtig ok Tobi dann reiß dich mal zusammen lauf doch ganz normal was willst du von mir du Lappen das sieht aus nee dass du Lappen bist das hat was wir so tun ja wo bleibt denn hier ein Admin? mei du fress ich hab dich keinen Sachseins sonst locke ich mich neu ein ich glaube einfach weiter immer der Meile entlang ich will mich sicher hier in die Autos fahren das weiße Auto das bin ich übrigens nur für den Weißen hier nein du steigst nicht ins Fahrzeug ein und du fährst jetzt einfach mal weiter Kollege nein das ist ein Kollege von mir ja schön das ist ein Kollege von mir ja genau genau komm fahr weiter jetzt jetzt kommen wir tausend das ist nicht allzu schwer dann bin ich da wieder aus dem Polizeiauto draußen nehmt das neuer da bist du halt ja ey guck mal ich hab ein Taxi was ist ein Taxi? los Rainer steig mit ein mit dem Koffer auf unser Platz was? komm mit wo bist denn du? Richtung Autobahn und Krankenhaus sauf aus dem Mercedes den Weißen ja komm ramm dich mal ein bisschen bist du doch abgehauen oder was? Richtung Richtung Autobahn sind wir Krankenhaus Autobahn ich glaub mich mal neu ein mir ist das zu langsam hier du musst doch da irgendwo noch sehen nicht mach doch und was hast du davon? mach ich ne neue IP dann bin ich wieder da ich sitze hier hinten ja ich bin hier im Auto nicht da vorne hier hinter dir hinten hier hier hinten am Seitenstreifen oh ich bin gewandt worden ich sitze ja 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 boah schade ich hab grad zu viel Spaß gehabt na toll und nu? das ganze muss über IP Changer gehen sonst geht es ja nicht mehr IP Changer gibt es nicht mehr hab ich schon nachgeguckt und wie bist du dann ob das noch gekommen ist? deswegen löstert oder was? ne ich war ja noch gar nicht gebannt gewesen ich dachte ich war gebannt sooo ne weil der Regelverstoß ganz falsch geschrieben ja ja das kennen sie recht deutsche Rechtschreibung naja waren in der Baumschule da haben sie sowas gelernt und fahren sie wieder? und fahren sie wieder? umgedreht umgedreht das wird geladen das wird geladen wird geladen ach du musst doch mal schreiben Moritz komm mal bitte auf'n Teamsweg er guckt bei sich auf'n Teamsweg und auf'n Teamsweg findet er das nicht das wird geladen ach das kacke ich auch du? brauche ja bloß den Router resetten dann hab ich ne neue IP natürlich aber so schlau sind die ja nicht sooo 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 historia Paula sooo wie die mit dem legen mit dem legen jaja vergleich mal wievevevely Ceoitdan das war wegen einer person wenn ich jetzt im Video begangen hätte bei schlau geht das ja noch aber ich habe nicht gemacht bin ja bloß neu connected und schon stand ich wieder da mit handschellen so also user ip 11 oder macht gemacht Super Neustart, Super Neustart, Super Neustart. Warum? Weil so viele Autos rumstehen. Jetzt bin ich raus.